Hey, na, habt ihr euch eigentlich in letzter Zeit mal gefragt, was das ist? Davon gibt es jetzt mittlerweile mehrere an verschiedenen Standorten in Regionen. Das ist ein sogenannter NUMMAT, eine Elektro-Schnellladesäule. Und da sie ein bisschen größer sind, haben sie auch Platz für zwei 75 Zoll 4K-Monitore auf beiden Seiten. Die sind nett, spiegeln nicht, man kann gut alles sehen und vor allen Dingen, sie schalten sich nachts automatisch aus, damit keiner von gestört wird. Drei weitere Standorte sind auch schon in Planung, die werden noch dieses Jahr errichtet. Und das ist Petersberg, Freiensteinau und auch Tann. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal ein paar verschiedene Standorte an und da kann ich euch noch ein kleines bisschen erklären, warum das coole Dinger sind. Durch die verbauten Batteriespeicher sind die NUMMATs ein bisschen größer als normale Schnellladestationen. Schön zu sehen hier an dem Beispiel nehmen wir auf dem Parkplatz vom Tegut in Schmalnau. Der vorhandene Platz wird aber gut genutzt, denn hier sind zwei sehr große Monitore, eine auf jeder Seite verbaut. Auf denen werden Sachen angezeigt, wie das aktuelle Wetter, Nachrichten von der Tagesschau oder auch der Fulderer Zeitung. Immer aufgelockert durch ein bisschen digitale Werbung, die natürlich hier sehr gut gesehen wird, weil natürlich auf so einem Parkplatz einiges los ist. Wir sind jetzt da, wo man auch eigentlich keine Schnellladesäule erwarten würde. Wir sind nämlich auf dem Tegut-Parkplatz in Bad Salzschlief und auch hier bis zu 300 kW liefert dieser NUMMAT. Den Ladevorgang starten oder beenden könnt ihr wie an jeder anderen Schnellladesäule auch. Entweder mit eurem Handy, mit der entsprechenden App oder mit einer RFID-Karte eures Zahlungsdienstleisters. Und da sehen wir auch, wir laden gerade. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, da würde ich auch gerne Wärmung drauf machen, gar kein Problem. Schaut einfach mal hier auf diesen Link, da findet ihr alle Informationen und Ansprechpartner. Und es gibt sogar ein Eröffnungsangebot, das habe ich euch klar gemacht. Wenn ihr für vier Wochen alle Standorte des Netzwerks, also die sieben und die geplanten, noch buchen tut, 50% Rabatt, nicht schlecht. Also schaut gerne mal rein.